Willkommen bei Final Fantasy XV mit der Quest die Signautos Festung zurück nach oben gelangen. Ja, wenn wir loslegen, jetzt habe ich hier auch ein Schwert und mein Ring. Mal schauen, wie ich abschneide. Erledigen wir das gemeinsam, Vater. Noxus kann noch immer nicht Warpen oder Fertigkeiten benutzen. Allerdings kann er nun zusätzlich zur Ringmagie auch Bridges Schwert und Kampf einsetzen. Ja, schön. Das sollte reichen. Oh, oh. Ja, das hat mega geklappt. Äh, ja. Ja, das ist schwer in meinem Leben, wa? Äh, Heilfrank? Nein, Heilfrank will ich nicht. Hm, war eher suboptimal. Ich habe keine Energie. Ja, lädt sich wieder auf. Okay, das ist schon mal gut, wenn sie sich auflädt. Dann kann ich leben. Boah, wie schön, 60. Ja. Ja. Ich dachte, wir waren immer so. Ich mag es nicht. Ich muss erst mal wieder einspielen hier mit der Steuerung und so. Ich habe lange nicht kein Final Fantasy mehr gespielt. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil... Äh... Wie ging das noch? Äh, ich gehe gleich drauf. Äh, ja. Ich habe gerade irgendwie verpeilt. Äh... Ich weiß gar nicht, ob ich knöpfe ich tun soll. Weil ich lange nicht nur gespielt habe. Sorry dafür. Äh, wie kann ich denn hier noch meinen Ring einsetzen? Äh, joa. Ich weiß nicht mehr, leider. Wie kann ich denn nochmal mein Special beim Ring einsetzen, dass ich so ein Warp-Gate, so ein Warp-Turm mache? Wie war das denn nochmal, verdammt? Ich habe es vergessen. Scheiße. Kann man das irgendwie nachlesen? Warte mal. Nein. Ähm. Ausrüstung. Der Ring. Ja, wie kann ich denn gucken, was ich da machen kann und was nicht? Es gibt ja irgendeine Beschreibung. Abliegen, Informationen. Ah. So, dann müsste ich schon reden. Äh... Ja, toll. Äh, ja. Dann muss ich halt so weitermachen. Sorry. Ahnst du, was als nächstes kommt? Nervenbeute kommen gleich, ja. Psst. Hast du das gehört? Da ist irgendwas. Schön, ich gehe jetzt mal speichern. Schön, dass es was ist, aber ich gehe erstmal übernachten hier. Speichern ist sowas von wichtig hier. Das geht gar nicht. Ja, komm hier. Weiter, weiter, weiter. Läuft. Genug ausgeruht. Weiter geht's. So. Mal die Tür auf der... Ich brauche meinen Teammates wieder hier. Oh Gott. Was ist das für... Wo kommt er her? Du brauchst den Rohren mal. Also, immerhin habe ich dich gewarnt. Es wird immer schlimmer. Ich muss etwas tun. Das Giftgas verringert Noctus LP. Behalte... Äh... Seine Gesundheit im Auge und suche einen Weg, um das Gas abzustellen. Okay. Okay. Ja, ist ja gut. Wie kann ich dieses doofe Tor machen? Ja, so nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich dieses Tor machen kann. Oh Mann. Äh... Ich weiß nicht, wie ich dieses Tor machen kann. Das ist ganz schön scheiße gerade. Ich sag, was ja gut ist. Das ist scheiße. Ich sag das oder was? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich springe erstmal eine Runde. Ey. Ähm... So, mal kurz mal überlegen, was ich mache hier. Gegen Gift. Kann ich mal gegen Gift machen oder was? Ja, das ist auch was los. Gut, bringt nichts. Mal Elixieren. Das bringt natürlich was. Boah, wie kann ich noch meine Ringgerechtig benutzen, Mann? Ich weiß nicht, wie das geht hier. Also, normale Attacke. Ja, toll. Wenn ich kriege so einen Mega-Gegner, dann muss ich ihn wegkriegen. Das ist nicht weg, weil ich will schneller. Toll. Hier sind riesige Ventilatoren. So, jetzt kommt ein bisschen Regner. Wie ich es mir schon gedacht habe. Ähm, ja, ich weiß aber noch nicht, wie der Regen... So, dicht. Ein Glück, das war knapp. Ach, schwer ist auch nicht stark. Nicht schlecht. Oh, da ist ein Schlüssel. Oh, was soll das heißen? Ja, ich hab' aktiviert, okay. Ich kann grad sagen, was los? Schlüssel, hm? Ach, wie langweilig, unterhalte mich. Arden, äh... Ach, sag. Schwer ist ja richtig stark, Alter. Das ist ja richtig, richtig gut. Gut. Vertragen. Erstmal alle Ecken abgehen hier und Sachen mitnehmen. Ja, da komm ich doch, oder? Ich hab' mich grad verirrt. Ja, kurz Prozess, würde ich sagen, ne? Keine Chance. Dann kann ich Penn gehen, aber hier ist ein Penn, ne? Mal speichern, ja, machen wir mal. Ich bin so frei, gehen mal speichern. Das muss ich ganz kacklich nochmal machen. Komm, Fischchen, Fischchen. So, da geht's. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Bin mir nicht sicher. H3. Hier geht's in einen Raum nur. Guck mal, was es da gibt. Guck mal, was ist da? Guck mal, was ist da? Guck mal, was ist da? Ziemlich übel erwischt gerade. Die Sonnen des Imperiums, okay. Verhökern, ist klar. Guck mal, was ist da? Teil spielt da mit heute. Wie lange muss ich mal proben? Ich explodiere doch gleich, oder? Ne, doch nicht. Zisch ab! Boom. 6.000, was? 6.800 Schaden, Alter. Was ein Schwert. Na? Warte da. Soll ich den sprengen, oder was? Warte mal. Hm, da passiert mit dem irgendwie nichts. Okay. Hinter nur fest. Der steht gleich bestimmt nur auf. Dann retten wir hinterher, was im Mist. Hier auch bestimmt gleich noch. Ach was. Warte mal. Oh, da ist auch einer. Oh. Das kostet ganz schön viel Elixiere hier. Oh. Kann ich hierhin kaufen? Ding Dong. Ja, ist doch super. Kann ich mir ja ein bisschen was kaufen hier, hä? Oh, kein Geld mehr gleich. Und zwar jetzt. Das ist schon mal gut. Oh. Die Zugangsberechtigung der ID-Card wurde auf Stufe 4 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 4 erhöht. Berecht... Ist ja auch Heiltränke, okay. Ja, ist doch schon mal gut. Zugang zum Öffnen von Zugängen der Stufe 4. Das ist doch schon mal gut. Oh, woher denn? Das ist ja natürlich so viel besser. Boah. Nein! Spring nochmal weg. Nein, muss ich wieder weg. Geh weg, du... Blödmann. Boah, sind es viele. Äh, falsche Kamera an sich. Ey, Junge. Boah. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Deswegen muss das warten, bis meine Energie wieder aufgeladen ist. Also, ja, ich muss mich leider bewegen, weil sonst geht das nicht. Brauchen wir die Kacke da rein. Ich muss das warten, bis meine Energie wieder aufgeladen ist. Soll ich da einreichen? Soll ich da einreichen? Ja. Soll ich da aufgeladen ist. Und die brauchen ein bisschen mehr. Ich könnte natürlich jetzt auch mein Schwertatter kennen. Nein, mach ich nicht. Ich könnte ja auch so ein Dimensionstor eröffnen. Scheiß, ich weiß auch nicht mehr, wie das geht. Scheiß. Was? Was? Ich muss doch aussehen hier. Oh, gar so. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Irgendwo. Gut. Gut, gut. Ohne deine Freunde bist du enttäuschend schwach. Geht kein Blödsinn. Wo ist denn jetzt hier ein Feines hier? Kontrolle oder was? Ja. Gut, die kann ich so fertig machen. Zack. Noch jemand? Möchte jemand noch was? Nein. Gut. Also alle. Eigentlich kann es sich trauendso erwecken hier alles. Jetzt ist mein Fahrstuhl hoch, super, so erstmal Tee fertig machen, um die Halsschmerzen. Ja, warte mal, hey, ich bin fertig. Dimensionstor. Halte durch, bis der Lift ankommt, so, schön. Äh, ich will meine Dings hier einsetzen, meine Super Ulti. Heile. Was ist das für ein Viech? Ja, ich möchte gerne mal ein Dings einsetzen, wenn ich das. Ja, der nimmt sich ja gar nichts an. Alter, der rischt mich einmal und bin ich platt, oder was? Xamimod. Nichts wie weg hier. Und tschüss, böses Viech. Na, hättest du bestimmt auch besiegen können, äh, mit diesem komischen Dimensionstor, mit dem Ring, aber ich weiß nicht mehr, wie der zu holen ist, der scheiß, äh, scheiß Tor, oder. Alles schon gespeichert? Weiß ich gar nicht. Stromausfall? Jetzt muss ich auch noch nur einen Stromkasten finden. Hast du das auch gehört? Nein, hab ich nicht. Hast du Angst? So ganz alleine. Ich brauche mal den so rum hier. Ich bin ja, ich bin fest. Gib so nicht. Schwächling. So. Das ist noch ein, der ist noch achtet. Ne, ich würde sagen, plattgemacht. Älter. So. Das ist schon besser. Oh, jetzt zieh ich wieder. Na, erschrocken? Nö. Ah, dämonär. Du fällst aber auch auf alles rein. Hm, renne mal durch. Schon wieder. Ja. Ja, ich will gerne dieses Versuch zu machen. Ich kann es aber nicht. Ist doch shit. Warte mal. Oh. Wo muss die hin? Ja. Über die Stromausfälle. Necky Mio. So. Joa, die erwischen mich einmal. Ich bin halb tot. Oder bin tot. Mehr oder weniger. Mit dem auch wieder. Da kann ich noch. Oh. 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 nix verarschen ich sehe nix aber die kameraspektive auf und zu ne zogen kotz ich weiß nicht wo ich hin soll dass hier eine zange hier mann 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 dann wieder verriegelt oder kein strom was hat schon angemacht ja ich hab keine nasche mehr oh was mitnehmen ja natürlich auch Ist das jetzt richtig? War es jetzt richtig? Nee, oder doch? Keine Ahnung. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Oder? Nö. Da ist schon wegen kein Strom. Das Imperium hat seine gesamte Kraft in die Forschung mit Siegern gesteckt. Natürlich erst, nachdem ich sie dazu gebracht habe. Genau hier, an diesem Ort, haben wir sie gezüchtet. Oh oh. Das heißt nichts Gutes. Gezüchtet? Ich muss ein sacken hier irgendwo was. Exi oder so wäre ganz nett. Äh, natürlich nicht. Hier ist nix. Scheiße. Hier sehe ich nix. Unterschiedliche Kombinationen der drei Schaltkreise öffnen unterschiedliche Türen. Um weiterzukommen, musst du die entsprechende ID-Karte finden, mit der du die Schaltkreise aktivieren kannst. Äh, hab ich die nicht schon anhanden? König Noctis, mach doch mal von deinem Kopfgebrauch. Ich hab keinen Bock auf Rätsel, Scheiß. B, kann nur die entscheiden. B, kann nur die entscheiden. Sehr lustig. Wie ist das? B, kann nur die Schaltkreise aus der Tür auf? Eine Schaltkreise. Ja. Herr, hör ich mich. Ja. 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 Hast du dich denn nie gefragt, wo die sicher herkommen? Einst waren sie Menschen, Tiere, beseelte Lebewesen. Und du, nichtsahnender Dummkopf, hast sie massenweise niedergemetzelt nockt. Warte nichts. Jetzt werden wir darauf achten, wann die Sprecherfuggen losgehen. B1, da habe ich sie. und sagen was hier ja es geht so die ganze zeit so das einschalten hier einschalten dann weiter ist er so lala sag ich mal also da sieht man das da ist noch zu ich hoffe mal dass das spiel noch durchspielen kann von der zeit her weil bald kommen wieder andere projekte und dann sie wieder wieder auf das war schon mal gut das war schon mal gut mega abtrag okay dass er immer springt für eine karte das gebäude hier hat der arme karte da was ist keine karte das ist ja scheiße ja ist nichts mehr hier war und ist nichts mehr da ist er scheiße bürger verschwinden spurlos hauptkontrollraum wieder oder? ja sowas habe ich ihn jetzt eben aktiviert oben links hinein da ist markiert da kann ich aber nicht rein da ist markiert da kann ich aber nicht rein da kann ich aber nicht rein ne doch die andere andere karte gefunden die kann ich auch nicht weiter häaah was ist das für eine scheiße jetzt? hab ich das übersehen? oder nicht? oder doch? mal hinter mir die türen dann links die Infanteristen die du so nüchtern MI nennst waren alle einmal unschuldige Babys des Niefelheimer Volkes hallo angreifen mit Seriennummern versehen und herangezüchtet die stark genug waren für das Imperium zu kämpfen so ein Jahr so ein Jahr die unschuldige Seelen vernichtet ausgelöscht durch die Hand eines grausamen Königs na fällt es dir jetzt immer noch so leicht die sie umzubringen? oh ich muss sie weg oh hilft nichts boah ich hab doch nicht gesehen oder? eigentlich schon eigentlich auch nicht weg hier ich seh nichts die Kameraspektive das ist eine Katastrophe gerade boah ich komm nicht weg ich seh nicht wo ich hinspringe weil die scheiße hier immer versperrt alter ist das anstrengend gerade boah ist das scheiße gemacht aber ich glaub das Spiel spiel ich doch nicht durch ohne Witz das ist ja richtig nervig ach man ey diese Kameraperspektive doch aber eigentlich will ich das durchspielen aber wenn ich dann so und so ne Sachen hab hier dann krieg ich das kotzen also die Passagen hier die mag ich gerade überhaupt nicht ey total kacke oh oh was ist das passiert? hä? warte mal in den Raum da hinten muss ich ne? ich bin jetzt hier dann muss ich noch B einschalten oder wat? ne B war falsch ah wahrscheinlich ah wahrscheinlich alter ja so ja so ich meine du wirst noch nach um die verletziert Warte mal. Hä? Lass das. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nichts zu mitnehmen hier. Hier sind ja noch ein paar Elixiere oder so. Oh, guter, junger, braver König. Übrigens, das Sympathischste an deinem quirligen Freund Prompto ist... ...dass er eigentlich aus Nevelheim. Ob das eine Art Seuche war? Aber... Wo sind die Patienten hin? Kein Gil, ey. Also Leute, auf jeden Fall Gil mit. Warte mal, warte mal. Nein, nein, nein. Lass mich ihn holen. Wie lange geht das hier noch? Keine Lust mehr. Ich will wieder normal an der Oberfläche oder was ich was machen hier. Aber hier in den Katakomten rumarschen. Kein Bock drauf. Was soll ich mit Magieverstärker? Ah, die speichern. Juhu. Man, 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 man. So langsam muss ich ja mal fertig sein, oder? Was soll ich ja mal fertig sein? Oh. noch einer hier irgendwo krumm stück toll darf ich jetzt hier gelatscht danke so langsam kann es mal bitte mal enden weil es geht ohne boss fight damit ich hier nicht drauf logbuch ja wie gesagt könnt ihr kurz stoppen vielleicht mal schnell aber die stehen doch gleich auf die stehen doch gleich auf kann man kann erzählen tun doch nur so so ist das berechtigungen der idee wurde auf stufe 5 zugangsberechtigung auf stufe 5 erhöht berechtigung zum öffnen von zugängen der stufe 5 aber die aufstehen so schön aber ich gehe das noch mal kurz feiern oder ich bin jetzt hier richtig zum speichern oder nicht doch hier ist der falsche laufen richtig gelaufen ich schalte in orientierung zu vielleicht müssen dem nicht jetzt zu speichern aber ich mache es trotzdem vielleicht keinen bock habe ich noch mal zu spielen wenn ich drauf gehe der ist auch unnötig aber lieber vorsichtig sein ne so speichern kann man mal einen schluck tee nehmen hier scheiß halt schmetten so geht irgendwie ein bisschen komisches verletzt ich wusste wie dieses dimensionstor geht mit dem scheiß regen das wäre so cool aber ich weiß es nicht aber ich weiß es nicht vergesst es ich weiß es nicht ich kann das sagen der steht gleich auf oh nein Abzweigung oder vielleicht auch gut ich weiß es nicht der steht auch gleich auf und ich wollte doch nur gucken ob es hier was zum looten gibt ist da hinten auch wer hier der steht auch gleich auf geht er nicht aber der steht auch gleich auf der steht auch noch auf hier komm steht jetzt der verdächtig vor was das wohl sein mag was böses die oberen taschen gelangen ja immer noch ja super habt das gefühl da muss ich rein aber wie brauche sicher die richtige karte äh geht aufwärts mit mir eine art aufzug wie wie geht es jetzt wohl weiter jetzt kommen gegner was ist ans eindringling geortet verteidigungsmodus aktiviert was zum jo also in den kisten das werden ja immer mehr wo sind sie wo sind sie meine freunde haben sie dich etwa im stich gelassen äh die alde karte akkusieren und er wollte heute mal hä sie nah ich versteh sie überhaupt nichts mal sterben ignis liegt sicher schon in seinem eigenen blut Du musst dich sehr einsam fühlen, so ganz allein, ohne Freunde. Ja, ist klar. Du Scheißspiel. Das ist so geil, das ist so geil. Trifft mich einmal und dann war es wieder. Das ist so eine Kacke. Was soll ich hier machen? Da habe ich überall nur so eine Scheiße. Was kann ich mit Muskelstealer denn anfangen? Oh, super Tränke, 15, ob ich gut zu wissen. Muskelstealer, das kann ich mal machen, oder? Was kann ich noch machen? Magieverstärker, muss ich auch noch mal ran. Ach so, kann ich nur eine Sache machen, oder was? Hier, beides drin ist, ne? Ja gut, und 10 mache, ach ja, warte. Ich probiere jetzt mal alles aus. Mann, Mann, Mann. Was ein Spiel. Zugangsberechtigung auf Stufe 6 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 6. Vielleicht wurdest du hintergangen. Deinen Freunden oder ihr Leben wichtiger als deins. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ey, boah, ich kann gar nicht so schnell reagieren. Boah, bitte, ich hab doch die ganzen Sachen angemacht. Ne, Mega-Phoenix, ne. Mega-Phoenix auch nicht. Super Tränke, nicht mal. Verdammt. Okay, angreifend, wegsträgen, angreifend, wegsträgen. Ja gut, wie gesagt, das Kampfverhalten kann ich auch noch nicht so gut. Aber ich hab auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich bin doch kein Fan der Fantasy-Spieler. Was kommt da jetzt? Keine Zeit für sowas. Oh, Mann. Deine Waffen, deine Ringen, all deine Kräfte sind nur Leihgaben deiner Armen. Halala. Ohne deine Freunde bist du enttäuschend schwach. So, geschafft oder was? Ich hoffe schon. Ich muss es ja nicht beenden hier. Ich glaube, das war es noch lange nicht. Scheiße. Geh, 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 geh. Ah, speichern. Oh, schön. Schön speichern, ey. Schön. Nervt, dass ich kein Geld hab, ey. Das ist also kein Problem, weil ich so viel Heiltränke alles, aber leider habe ich kein Geld. Scheiße. Guck mal, aber erst 19 Stunden gespielt. Und ich bin schon so weit. Oh, geil. Und ich bin schon so weit. Und ich bin schon so weit. Okay. Okay. Dann liegen wir hier rum. Viertelbom Super, Elixir, hast du mal gut So, warte mal Wie lange hält das eigentlich vor, diese komischen Krams hier, warte mal Äh, super tragen, was hab ich noch Mal kurz mal gucken C-Macher, wird eingesetzt Ether, was bringt das? Nix Reflexverstärker, ist auch eingesetzt Und verstärken wir noch mal wieder So, mal gucken, was passiert Ich fürchte, du sitzt in der Falle Habe ich auch das Gefühl, die stehen alle auf Die stehen alle auf Noch eine Falle Hä, was? Etwas Schmerz hat noch keinen geschadet Los! Leg nen Zahn zu Oder bist du vergnügen hier? Nö Ja Mist, Mist, Mist Was? Na, wo bist du? Rede wer, hier rede wer Glario! Wo bist du? Oh Was soll ich jetzt machen? Okay, wann kommt man her? Nicht gut Muss wer gehen, die noch kämpft Wahrscheinlich Aber meine Super Sachen sind alle weg Meine C-Macher und so Nein Nein Noct Glario Schalt es ab Hier muss irgendwo ein Schalter sein Bist du dir sicher? Ja Ich glaube, es ist der Grund, warum wir hierher geführt wurden Hilfe Ich darf einfach mal gegen treten Hey Leute Irgendwie kriegt noch einen mit Das war knapp Wie seid ihr hierher gekommen? Gern geschehen Ja, ja, danke Nachdem wir von dir getrennt wurden Hat Adens Stimme uns hierher geleitet Der Mistkerl spielt mit uns Aber wenigstens sind wir wieder zusammen Alle bis auf Prompto Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig Ne, das stimmt Den hauen wir jetzt auch Oder gewährst du mir die Bitte in eurem Bunde der Vierte zu sein? Ja, wäre auch gut Können wir nicht direkt hier raus Was dem Scheiß hier Ja, aber viel zu wenig Ressourcen ist echt nicht gut, ey Da muss ich nämlich alles aufteilen, doch ich auf die anderen beiden auch Und Ignis, der geht immer drauf, das nervt voll ab Ja, viel Loot heißt, es geht ja richtig rund Irgendwas Da ist die Tür zu Kann ich auch mal was aktivieren Da scheint jemand drin zu sein Fragt sich nur, wer Ja, das frage ich mich auch gerade Hm, sieht nicht sehr vertraut zu wecken aus hier Bist du sicher, dass du da lang willst? Ach, wie langweilig, unterhalte mich Was willst du von mir? Du Pappnässe Das Gefängnis, ah, okay Muss alles mitnehmen, ey Das war hier echt ein mega, mega mäßiges Problemchen Geh weg Ich weiß nicht, ob der hängt da gerade da hinten, oder? Das ist Prompto Prompto Hey, alles okay? Komm, du Bist du verletzt? Nein, keine Angst Noct Vielen Dank Oh Noct Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Nö Nö, eigentlich nicht, aber natürlich Blöde Frage Natürlich habe ich das Ich wusste, dass du kommst Ich hab Fest daran geglaubt Prompto Ich hab mir gesagt Dass ich nicht sterben darf, ohne Dir zu sagen Dass du mir Vertrauen kannst Vergib mir Ach, was? Ich wusste, du kommst Touching Komische Prompto, ey Die Maschine finden, die meine Kräfte hemmt Hä? Keine Gegner Äh, ja Autorisierungsfehler Zugangsberechtigung dieser Äh, wo kann ich die gerade angucken? Da muss ich jetzt hin, oder was? Aber ich komm da auch noch gar nicht durch ID-Karte Stufe 6 Noct Die Geräusche der Maschine werden immer leiser Äh, Orientierung verloren, sorry Wie hier jetzt hier richtig? Ist hier der Schlaf gemacht zum Abspeichern? Bin ich sicher Geht mir nochmal speichern, ey Vor ich gleich um den Scheißbau hier Ich kenn mich ja So Erstmal die EPs reinhauen hier Sind alle vereint Juhu Leute Ich bin Ich bin gespannt, was denn hier auch geht Ja Abgeschlossen Ach was Ach wirklich? Hab ich noch nie drauf geachtet Noct Ich bin Aus Niefelheim Aber Auch wenn ich hier geboren wurde Fühlte ich Mich nie mehr Zuhause als Mit euch zusammen Ihr seid Mehr als nur meine Freunde Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest Du musst Du musst dich nicht erklären Wir vertrauen dir Prompto Danke Ich Ich hatte Angst Vor meiner Vergangenheit Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt Ja stimmt Verhältst dich ja auch nicht wie einer Genug jetzt Komm mein lutzischer Freund Bist einer von uns Das wäre also vom Tisch So okay Ich müsste eigentlich gleich mal eben Was anderes erledigen Aber Gut Das hier eine Weile Waffe Was liegt denn hier? Ja Äh Hat's funktioniert? Ja, Nox hat seine Kräfte zurückgelangt in Söldener Waldschaftslagern. Kannst du nun wieder umbrau rufen, um in die Vergangenheit zu reisen. Zum Hangabellieren. Schon wieder. Ein Freund von dir? Na, du pflegst vielleicht. Warte mal, ich brauche mich. Rechts. Warte mal, ich hab meine ganzen Sachen gar nicht eingebaut hier, oder was? Hm. Ne, ich brauche noch Magie. Warte mal, klinge, klinge, klinge. Einfach mal eingesetzt. Oder schlechte Weisung. Kommt auf! Eine Schwachstelle. Nicht zu wegen. Sorry. Eine Schwachstelle. Ha! 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 Komm du! Ha! 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 Und jetzt nicht bewegen! So. Du trägst dir den Ring? Ich musste. Keine Waffen. Keine Freunde. Keine Wahl. Eine von uns muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Wie kommen wir denn da jetzt ganz hin? Äh. Natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Wird auch Zeit. Der Ring ist eine schwere Bürde. Doch du musst sie nicht alleine tragen. Ja. Unsere Waffen haben wir zurück. Gemeinsam schaffen wir das schon. Hm. Äh. Fragezeichen wo geht's lang? Wo geht's lang verdammt? Äh. 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 Ich verstehe jetzt gar nicht wo ich lang muss. Hier oben ist lang? Da ist lang? Da ist lang? Ich weiß es gar nicht, ey. Da ist lang. Da wird auch ein richtiges Gehner. Wie jetzt hier richtig geworden? Doch. Hier kommen Gegner. Oh. Hier kommen Gegner. So ein richtig schneller Gegner. Boah, hat er mich erwischt. Nein, falsch. Wollte ich gar nicht. Doch, ach doch. Ich merke mich. Okay. Holen wir mal hier mal wieder, bitte. Okay. Eine Schwachstelle. Tut mir leid. Schnell abspeichern hier. Knoppe Geschichte, ich muss ja noch zu Post. Knoppe Geschichte, Knoppe Geschichte. Wollt ihr die Fotos von heute sehen? Nein, was denkst du? Eine Schwachstelle. Eine Schwachstelle. Komm du! Nicht bewegen! Sicher! Und nun zum Kristall. Der ist sicher weggesperrt. Zum Glück kann ich hier alle Türen mit links öffnen. Sehr gut. Endlich bist du für was nützlich. Ich geh gleich. Äh, eine P. Läuft nicht. Ja, scheiße. Äh, warte mal. Ich mach hier mal was an hier. Ich verstehe mich nicht. Weiter. Ich verteidte mich nicht. das war keine absicht wo er nimmt mir wieder alles weg und einem schlag heilen wir aber auch nicht mehr meine schwachstelle Das war's dann wohl! Und jetzt nicht bewegen! Schwächling! Noch einer. Eine Schwachstelle! Nja! Alles in Ordnung, Konto? Egnis! Tut mir... ...eicht leid! Das braucht es nicht. Kommt, gehen wir weiter. Hoffentlich sind... Wie hier richtig? Ja. Nix und Wedge in Sicherheit. Was ist denn passiert? Wir wurden unterwegs angegriffen. Ach, was? Die beiden kommen schon, klar. Ah, ich hab echt kein... ...kein Geld, nix. Ich kann nix kaufen, egal was. Und wo habt ihr den Regal ja gelassen? Draußen. Ich kann nix kaufen, ne? Ich bin nervt gerade. Ich bin nervt gerade. Aber er hat uns bis zum Schluss beschützt. Das ist schon mal gut. Also, wo ist der Lift? Hm... Warte mal. Äh... Warte mal. ...element. So... ...Markey... ...äh... 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 ...nein... ...nix dominieren. Nein, nicht. Äh... Wollte ich gar nicht. Scheiße. Äh... Scheiße. So. Jetzt wird zum Final Fight, wa? Und ich, äh... ...äh... ...habe... ...nicht genug Kram mit. Oh, Scheiße. Na ja, gut. Meine Königenswaffen sind noch da. Deswegen vielleicht läuft's. Mal gucken. Warte mal. Mal gleich. Äh... ...äh... ...was ist hier los? Äh... ...äh... 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 Ich will meine Waffe auswählen! Ist das es? Kaiser Idolas? Kein Wunder, dass er den Eint wäre. Kämpfen! Wir kämpfen! Wir kämpfen! Jetzt wird das alles im Platz! Hier! 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 Ja! Ja! Konto! Hehe! Und jetzt nicht bewegen! Äh? Äh, Leute! Ich seh' ich kann grad nichts ma- Ma- Machen Ich öffne bis dann Ich seh' ich Ich seh' ich Ich seh' ich Äh? Roger! Kann ich mehr kämpfen? Achso ja Ich konnte Ich seh' ich 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 Und mich Und mich zum Herrscher Der Welt Mann Okay Auf zum Lift Zeit für den Schlussakt Ich seh' ich 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 Anger? Wow, riesig! Ob wir hier zum Zentrallift kommen? Vielleicht durch den Hintereingang. Äh, what? Oh, shit. Joa, was können wir erledigen gleich? Das ist schon mal scheiße. Joa, wer freit ist jetzt, ne? Hey! Kommen alle weg da eben? Alles klar! Ich hab... ...ich... ...ich... Äh, falsch nachgedrückt. Äh, Analyse, Analyse, Analyse. Falsch nachgedrückt? Ne, doch nicht. Äh, machst du Analyse oder was? Geht nicht, geht nicht. Oh, shit. Zoi, bros. Okay. Dann ist gut. Falsch! Ignis! Ignis! Mist! Huh? Nicht-bewegen! Scheiße, unsere Ewigkeit. Kommt du! Und jetzt nicht bewegen! Kommt du! Und jetzt nicht bewegen! Verschwindet! Sieht aus, als hätte er einen Schuss. Was? Guck mich doch hoch! Oh! Alter, ey! Lücken! Glario! Ja! 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 Ich... Oh, Ignis! Die Sorge! Nein, gut! Fällt gar nicht! Das hab ich alle nicht genommen, ok! Bleib in meiner Nähe! Ignis! Eine Schwachstelle! Boah, Alter! Ah! Da! Mir geht es gut! Lass dir doch einfach mal helfen! Äh, 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 äh! Glario! 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 Sprach! Bero�! Glario! Das ist schlecht, ja. Meine Schwachstelle! Oh man. Ja, was mach ich denn jetzt? Warte mal, ich warte mal bis alle tot sind und dann, warte mal, erstmal irgendwas ausrüsten hier. Probier ich mal. Feuer. Oh. Eine Schwachstelle. Eine Schwachstelle. Halbes Spielmaß. Da kacke, dann müssen wir gleich. What? Und jetzt? Hey, ich kann nichts machen. Was ist jetzt los hier? Katastrophe Leute. Gut, jetzt muss ich erstmal hier aufhören kurz, ich bin aber gleich wieder da und dann geht's nochmal los mit dem Scheiß. Bis gleich. Bis gleich.